Hi! Hast du schon unser neues Update der Mein Vodafone App gesehen? Nein? Dann lass uns mal schauen. Neu in unserer App ist, dass du schnell und einfach alle Themen auf einer Seite findest. Du willst schnell etwas nachschauen? Ab jetzt musst du nichts mehr in Unterpunkten suchen. Du findest direkt auf der ersten Seite Themen wie Datenvolumen oder Mobilfunkkosten. Mein Vertrag Kundenkonto Service Alles zum Netz Und Hilfe, wo du zu unseren FAQs oder zu Community kommst. Und wenn du mal eine Frage hast, kannst du ganz einfach unseren Chatbot Tobi nutzen. Mehr zu Mein Vodafone App findest du in den anderen Videos. Viel Spaß beim Ausprobieren! Ready? Vodafone 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 Vodafone